Hi Leute, herzlich willkommen zur Auflösung der Microsoft Scalp Ergonomic Tastatur bzw. dem Set. Ja, vor genau einer Woche gab es das erste Video dazu, der Beginn der Verschenkung. Und nun geht es darum, wer von euch denn dieses Set hier hinten, was noch original verpackt ist, jetzt tatsächlich geschenkt bekommt. Ich brauche von dir, dessen Namen ich gleich hier nennen werde und ich hoffe, ich werde auch gleich hier so den Kommentar einblenden können. Wenn du dich da siehst, dann bitte schreib mir auf YouTube oder Google+, je nachdem, wo du jetzt vertreten bist. Und nenn mir deine Adresse, wohin ich das Ganze schicken kann. Das macht sich dann am Montag nächste Woche auf den Weg zu dir und sollte dann so Mittwoch, Donnerstag bei dir sein. Kommt natürlich darauf an, wie weit entfernt du wohnst. Und jetzt ein großer Trommelwirbel bzw. Klatschen, was auch immer. Mal gucken, ob ich da im Hintergrund was finde von einem Movie oder so. Und der oder die Glückliche ist, das habe ich jetzt aus dem Kanal bzw. aus dem Avatar nicht raussehen können. Der Name beginnt mit einem L. Und dann, ja, also, so lautsprachlich könnte man Loris draus machen. Es nennt sich ganz genau, heißt er aber L0R1S. Ich blende den nochmal ein. Hier seht ihr den Avatar dazu, falls euch der bekannt vorkommt oder der Name. Dann sagt dem guten Kollegen auf YouTube mal Bescheid. Er möchte sich bei mir melden. Ich brauche seine Adresse, damit er diese Tastatur bekommen kann. Das Unboxing kommt morgen online und die Review dann in der nächsten Woche. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns demnächst wieder auf MOTAWA 10. Ciao! In der Installation wird sich die Kompatibilität mit dem RAM zeigen. Und auch hier hat sich einiges geändert. Das sieht ja... Das ist ja... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.